Wer mich persönlich kennt, der weiß, dass ich auf Sizilien geboren bin und hier die ersten acht Jahre meines Lebens verbracht habe. Natürlich habe ich nie den Kontakt zu Land und Leuten nach Sizilien verloren und deshalb kenne ich auch die Plätze und Orte recht gut. Und deswegen lasst uns jetzt gemeinsam zusammen Sizilien erkunden und ich sage einfach mal, los geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Yes! Ah, da ist einiges dabei. Hammerbilder. Hammerbilder. Abgefahren. Danke schön. Danke schön. I love you so much.